jetzt sie wird vor und welcher alle die sofort tot weil ich nicht vorne auch ein meter schicken er vor mir er hat es ist ja so weit geht noch vor mir Hey, wir haben den ersten Kill. Boah, das ist mir gut. Okay, was macht denn der da? Was war das denn? Ich hab den zweimal gemessert. Hey, ich hab mehr Punkte als der, der schon einen Kill hat. Ich bin gut. Ich soll mich freuen bei dir, damit du ein paar Punkte kriegst. Wie unser ganzes Grott hier an der Ding-Shield. Oh ja. Hab ich nicht einen Kill schon gemacht. Danke. Wer auch immer das war. Ich hab dich getötet. Boah, da... Da hockt ein 3. Wo du bist. Ja, ich weiß. Ich hab ein... Ich hab zwei Leute getötet. Okay. Okay, hier. Die könnten in dem Raum. Alter, wie oft hab ich da drauf gehauen. Oh, das war mein letzter Kill. Hier ist deine erste Hilfe, Mann. Erstmal heilen. Dann weiter. Klo leer, Klo leer, Klo leer, Klo leer. Scheiße, wir verlieren, Jungs. Komm schon, reiß euch am Riemen. Ja, ich bin auf meiner Playmobil gestorben und es nicht... Und mein Seel ist nicht explodiert. Oh, mit einer P90 kann ich da nicht rüberschießen. Oh, mit einer P90 ist meine Lieblingswaffe. Ja, ja. Ist sie. Weil die so schnell schießt. Hier, das Medi-Kid. Hey, du bist besser als ich. Das darf nicht sein. Das geht doch gar nicht. War mal gut. Ja, hier ist dein Medi-Kid. Oh, bin ich schlecht. Ah, Mann. Oh Gott, war uns da eine Scheibe drin. G18. Was ist GP30? Keine Ahnung. Das ist dieser Ganat, der Heidel, die Ganaten schießt. Der erste Zeit brauchen zum Explodieren. Ja, und du machst, äh, du kaufst erst mal einen Fluss und dann redest du bitte. Okay. Oh. Mach's mal absichtlich. ich habe nicht bekommen ich habe es auch ich habe 38 das kill nummer 2 mit claymore schon wieder der das ist unfair zwei gegen zwei äh zwei gegen eins scheiß hatte ich noch die clay in der hand wir haben das schlechteste team nun wie auch die nämlich zur politik das ist nicht gut von der anderen Seite kommen sie auch das ist auch nicht 3 bei den Warten und der Waffe ich finde auch nicht okay so neu nicht wirklich ein der mehr und er hat die eine Waffe schon am Karl 3a 1 also alle Züchter waren diese Waffe ist die beste Waffe im Spiel offiziell die werden uns nicht glauben weil im Waffen weiß dass sie so schlecht aber man kann wenn man akkupisierend macht und starke Munition mit der Waffe hat kann ich das nachgehen weil der im Krieg die so genau wie es einfach du kannst hier in allen alle Leute töten und es ist eine shotgun das heißt sie macht mega krass der Mensch auch noch dazu ist gut ich mag die Waffe trotzdem nicht hololol warum versucht der uns zu messern oh fuck die haben ich nicht gesehen scheiße die sie alle gleich aus dem bündelton dennoch doch es haben grünen ja sie wird auch nicht gespät der kräft die wieder verkehrt zerfragen dann haben wir hier der ort jetzt eben noch weiß auch nicht kann mit dir Auf mich zu blenden. Ich blende dich nicht. Aber sowas von. Ah, hat ausgemacht. Es ist so dunkel. Da ist er da. Hey, guck mal. Da steht man gerade auf. Ich brauche HP. Da ist deine erste Hilfe. Hol sie dir. Ich kriege voll viele Punkte dafür. Okay, Campen ist langweilig. Jo. Und über mein Gespräch. Ich brauche Leben. Was? Ach, da oben. Da hat jemand einen Seiger. Ne, Seiger. Wo ist das, das die Seiger, das Gegenflug zu uns aus ist? Ja, die Seiger ist besser. Danke. Ich hatte zwar noch 100%. Obwohl er mir ganz schön viel reingewittert hat. Jetzt wollte ich dich gerade wiederbeleben. Der ist da hoch. Irgendwann. Oh, Mann. Scheiß weht, was du. Geht dir mal. Nimm mal dann, wenn wir sie brauchen. Ach, krass. Du darfst nicht sterben. Aber du. Okay. Was war da los? Oh, Mk3-A5 schon wieder. Oh, schau. Und dann schießt die Mk3-A1 noch so schnell. Das geht. Geh weg. Äh. Die schießt ungefähr so schnell wie die M1014. M1014. Die beste sind einfach im Spiel, meiner Ansicht nach. Die war mit der ich die meisten Kills hab. Ihr braucht Hilfe. Ich bin tot. Ich weiß nicht, wo du bist. Und siehst du halt da wohl so ein Pluszeichen. Und siehst du halt so ein Pluszeichen. Nein, ich bräuchte. Hier ist dein Medikid. Ähm. Ich weiß nicht. Ich muss bitte zusammen rumgammeln. Prost. Nee. Prost. So. Gut. Aber kämpfen. Okay. Hey, hier ist dein M1014. Hab ihn wieder besitzt. Der Kampel dauert. Äh, Treppe. Wie bitte. Doppelwürdung. Mit du. Im Raum und einer. Im Raum und einer. Oh. Wir legen die Raum. Ich bin nicht mehr da. Auf. wie kriegt er mich von da oben ich wollte leider runter jumpen mein gott das ist nicht geschossen ich will doch nur fünf spiele gewinnen wir haben mal wieder verloren ich denke wir irgendwas anderes er muss doch wir haben in dem score das ist aber gemixt jeder ohne weg gemixt so sicher wie das arm in der kirche also leute dann tschüss